Herzlich Willkommen im heutigen Unboxing und Gewinnen, diesmal für die Firma Mobi Softbaits. Lange habe ich auf der Internetseite gesucht. Wir haben schon viele Köder von Mobi Softbaits ausprobiert und vorgestellt und ich habe sogar schon damit gefischt und Fische gefangen. Was zeige ich euch dieses Mal. Dabei ist mir die Grundi aufgefallen, eine Grundel-Imitation, die es in vielen verschiedenen Farben gibt. Ich habe hier einige davon auf der Hand. Das Tolle ist, Grundeln sind mittlerweile Stammgast in vielen deutschen Gewässern. Sie sind aus dem Schwarzmeerraum zu uns gekommen und haben sich in vielen Gewässern eingebürgert. Für manche eine Qual, zum Beispiel den Stippfischer, der mit seinen Maden ein paar Rotaugen oder Brassen fangen will, der fängt nichts mehr anderes als diese Grundeln. Aber unsere Raubfische, die haben sich teilweise fest auf diese Grundeln eingeschossen, zählen sie zur Hauptnahrung. Man sieht ganz deutlich bei Zandern, die viele Grundeln fressen, die haben am Maul unten schon richtige Verletzungen, weil sie immer auf den Boden stoßen. Denn diese Grundeln haben keinen Fluchtreflex, bleiben also liegen und der Zander kann sie einfach aufsammeln. Auch Barsche mögen diese Grundeln und genau das machen sich die Köderhersteller natürlich zu Nutze und bauen uns Köder, die aussehen wie eine Grundel und dann natürlich auch die Raubfische fangen, die die Grundeln am liebsten fressen. Hier sieht man, dass die Grundeln einen schönen Schwanz haben, der sich wirklich toll bewegt. Wenn man die einhakt, dann gibt es verschiedene Methoden, um die zu präsentieren. Man kann die hier am normalen Jighack mit einem Bleikopf machen, dann kann man sie wie eine Grundel über den Boden hüpfen lassen. Wenn man sich mal eine Grundel angeschaut hat, wie sie schwimmt, dann schwimmt die so in Sprüngen über den Boden, lässt sich dann langsam wieder fallen. Das kann man natürlich mit einem normalen Bleikopf erreichen. Auch kann man diese Grundeln am Dropshot System anbieten, einen schönen stabilen Haken vorne durch das Mäulchen und dann kann man die Grundel so 10-15 Zentimeter über dem Grund einfach hin und her zappeln lassen. Das würde natürlich auch die Raubfische locken. Dazu sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Diese Grundeln kann man anbieten, wie man möchte. Man guckt sich einfach eine richtige Grundel an, wie schwimmt sie, wie verhält sie sich und dann kann man diese Grundel anbieten. Auch diese Schockfarben hier bei trübem Wasser oder auch wenn die Sicht sehr schlecht ist, trüber Himmel, dann haben sich solche Schockfarben immer bewährt, auch bei anderen Ködern und dann wird auch so eine grüne Grundel oder hier so eine neongelbe Grundel natürlich genommen. Ansonsten gibt es natürlich auch die natürlichen Farben. Hier so eine bräunliche Grundel, das sieht dann schon eher aus wie in Natur. Die Grundeln sind UV aktiv, das heißt sie werden sehr gut wahrgenommen von den Raubfischen und auch diese Glitterpartikel, die hier in diesen Motoreilfarbenen Grundeln drin sind. Die machen die Grundel noch attraktiver. Wichtig zu erwähnen bei den Mobi Softbaits Ködern, wie immer, sehr strapazierfähig, sehr elastisch, haben viel Auftrieb, schwimmen also, sind nicht mit giftigen Weichmachern hergestellt, sondern mit Weichmachern aus der Medizin und der Babypflege, nämlich Babyöl und deshalb ungiftig. Die Finger stinken nicht danach, das heißt beim Montieren oder sowas hat man nicht diese schleimigen Fingern. Man kann sie ruhig in eine Twisterbox legen, da löst sich nichts auf. Nur wichtig, mit anderen Gummiködern nicht zusammenlagern, denn diese würden die Mobi Köder auflösen. Dann haben wir natürlich eine sehr gute Resistenz gegen Hechtzähne. Mit so einer Grundel kann man sehr viele Hechte fangen, ohne dass man hier diese typischen Abbissspuren oder Bissspuren sieht und dass die Köder kaputt gehen. Wer also ein Produkt aus deutscher Herstellung haben möchte und was für die Umwelt tun möchte und außerdem einen haltbaren Köder, Umfängigen und einen Köder mit viel Auftrieb, der sollte sich auf jeden Fall die Mobi Softbaits Köder mal anschauen und da macht auch diese Grundel keine Ausnahme hier. Wer mir sagen kann, wie viele Farben es auf der Mobi Softbaits Seite von dieser Grundel gibt, der kann das ganze Grundelset hier gewinnen und kriegt es direkt von Mobi Softbaits nach Hause geschickt. Ich denke, wenn in eurem Gewässer Grundeln leben, dann solltet ihr diesen Köder auf jeden Fall mal ausprobieren und werdet überrascht sein, wie viele Fische das bringt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, viel Erfolg am Wasser Leute, ob mit Grundel oder ohne, probiert es mal aus und wir sehen uns das nächste Mal beim Angeln am Wasser oder im nächsten Video. Bis dann, euer Christian.